Eigentlich gibt es bei den Indizes aktuell nichts zu maulen und das wollen wir auch genauso halten, denn wenn die Indizes so tapfer laufen, dann muss man da nicht schimpfen. Tatsächlich fangen wir mal mit dem DAX an. Der hat eine ganz gute Vorarbeit, bisher zumindest mal geleistet. Die Bewegung, die wir hier haben, auf dem Weg nach oben alles andere als in irgendeiner Form zweiflerisch, was den guten Willen für die Bullenseite angeht. Die Erwartungshaltung, die hatten wir schon geäußert, ja beim DAX Index schon mal um die 650, natürlich 15.650. Beim Future-Markt, da können wir mal diese Fallbeispiele rausnehmen, hatten wir ebenfalls ja mal darüber gesprochen und wäre eine Möglichkeit so um die 805 als Zielmarke, also entsprechend nach wie vor der Idee Schub nach oben, wackelig nach unten und dann die Fortsetzung nach oben. Also selig, die guten Willens sind. Der DAX ist es zumindest schon mal und alle Marktteilnehmer, die hier auf der Käuferseite sind. Man erkennt zumindest aktuell nicht, dass da ungemacht droht. Bisher sieht alles gut aus. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Na ja, eigentlich relativ ähnlich. Auch hier hatten wir den starken Anstieg, den ganz klar korrektiven Rücksetzer. Man sieht das hier noch mal. Das war der relativ starke Anstieg. Das war der Rücksetzer hoch. Nein, erst mal runter. Dann hoch, runter, hoch, runter und ich schiebe es noch mal daneben. Das ist ganz klar überschneiden. Diese Korrektur und diese überschneiden sich. Das ist korrektives Verlaufsmuster. Dementsprechend die Erwartungshaltung, dass es nach oben geht. Für den Dow Jones wäre die entsprechende Zielmarke 33.280, Paaren 80. Also eine relativ einfache Geschichte. Wir haben mehrmals über diese Ideen schon gesprochen. Ihr habt es wahrscheinlich selber schon nachvollzogen. Es sieht aktuell gut aus. Auch wenn ich im 5-Minuten-Chart drauf gucke, hat man den Eindruck, als ob die Marktteilnehmer das nicht so unattraktiv finden. Das, was sich hier unten gestartet hat, das ist quasi die Bewegung, die wir hier hatten. Und auch diese hier hat ein bisschen so diesen Eindruck eines fünfbälligen Verlaufes. Hier hinten allerdings überschneidend. Da hinten würde man vielleicht sagen, aber Rüdiger, ist das nicht korrektiv? Ja, aber in Trendrichtung. Und viele von euch wissen das natürlich. Wenn es in Trendrichtung korrektiv aussieht, das ist eine Geschichte, die heißt typischerweise Ending Diagonal. Ending Diagonal heißt vorsichtig, der aktuelle Trend, der geht dem Ende entgegen. Wir müssen eine Pause mit einplanen und genau diese Pause war. Und wenn eine Pause ist, gerne dreiwellig. A, B, C, machen wir das mal so. Und jetzt die Erwartungshaltung, dass es nach oben geht. Also ihr seht, man hatte hier im Großen dieses Verhaltensmusters Schub hoch, wackelig runter und die Möglichkeit, dass jetzt das passiert. Und das, was wir da im Großen haben, hier im Kleinen nochmal Schub hoch, A, B, C runter und jetzt ebenfalls die Aufwärtsrichtung. Es spricht tatsächlich aktuell wahnsinnig viel bei den Indizes dafür. Hey, lasst uns mal durchstarten. Beim Dow Jones würde das ja durchaus in das übergeordnete Bild passen. Da haben wir schon gesagt, eigentlich wäre hoch gar nicht so schlecht. Die Marktteilnehmer scheinen das genauso zu sehen und deshalb wehren wir uns da natürlich eher nicht dagegen, sondern sagen, naja, wenn ihr das so seht, dann ist das wohl vorläufig die richtige Richtung. Gibt es denn nichts, was dagegen sprechen kann? Naja, wir werden uns gleich noch den S&P und den Nasdaq angucken, ob die wirklich auch so mit der gleichen Begeisterung unterwegs sind. Bisher waren das aber die Vertreter des reinen Bullenmarktes, zumindest mal auf den ersten Blick. Was bräuchte es, um mich vom Gegenteil zu überzeugen? Ich würde auf jeden Fall vorsichtig erstmal oder sagen wir mal so halbwegs erstaunt gucken, wenn wir eine starke Abwärtsbewegung bekämen, gefolgt von einer Korrektur. Da hängt es jetzt von der Größe ab. Hier war das ja durchaus ebenfalls gegeben, Korrektur und danach noch mal die Abwärtsseite, was allerdings ja auch wieder in diesen klassischen Bereich, ich hoffe, dass ich das jetzt so einigermaßen pünktlich hier zeichnen kann, von der Tiefmarke zur Hochmarke und dann seht ihr irgendwie so in diesem Bereich ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Jetzt kann man sagen, er hat die Zone nur angeleckt, aber angeleckt ist besser als liegen gelassen. Also insofern, der Rücksetzer war hinreichend groß. Insofern passt das auch nicht zu groß. Bekommen wir also jetzt A, B, C hier oben irgendwie was, also irgendwie sowas A, B, C, Korrektives, in das nach wie vor auch für die Späteinsteiger, die das nicht gemacht haben, das nicht gemacht haben, immer noch so ein bisschen auf der Suche sind, sind das Einstiegsmöglichkeiten hier für die Longseite. Denn die starke Bewegung weiterhin nach oben und die schwache wäre dann nach unten. Anders wie gesagt, wenn wir sowas bekämen, gefolgt von so, dann würde ich auffassen und sagen, uh, an der Stelle nicht das, was ich eigentlich haben will. Vielleicht sichere ich meine Position ab, vielleicht ziehe ich meine Stopps ein bisschen ran oder vielleicht gehe ich auch raus und sage mir, uh, das wird mir jetzt zu heiß. Aber solange das nicht passiert, solange wir nicht die starke Seite nach unten haben, sondern eher eben korrektive Seiten so in dieses mittlere Feld dieses Anstiegs dann hier rein, alles erstmal safe. Also das hohe Lied der Bullen könnte man meinen. Gucken wir mal auf den S&P und auch beim S&P gefällt mir das im Fünf-Minuten-Chart. Super. Warum? Starker Anstieg, korrektiver, entweder dreiwelliger Rücksetzer, wenn man das so auffasst und wenn man sagt, ja, aber Rüdiger, du bist ja ungenau, du müsstest ja eigentlich hier die Gegenbewegung mitnehmen. Ja, aber dann sind wir wieder so viel überschneidend. Das ist ja auch wieder korrektiv. Also egal, ob ihr das grobkörnig guckt, dann kommt ihr hier auf die Idee, ja, das sind drei Weller. Oder ob ihr das feinporig guckt, dann kommt ihr hier auf die Idee, ja, das hat ja tausend Überschneidungen. Beides wären korrektive Szenarien mit Erwartungshaltung, dass sich das jetzt hier nochmal fortsetzt. Und jawohl, auch der S&P hat aus meiner Sicht im Moment beste Ambitionen, noch nach oben zu gehen und dabei so, ich sag mal, das, was wir vorne haben, das hier hinten nochmal, lass den doch 4080 sehen. Alles, was ich hier sage, das sind die Werte auf dem Juni Futures. Im Zweifelsfall müsst ihr das ein bisschen anpassen, aber eine 1 zu 1 Projektion kriegt ihr notfalls mit Zeigefinger Daumen hin, wenn ihr einen Chart auf eurem Bildschirm habt. Also insofern, das wäre etwas um so eine grobe Zielrichtung. Eigentlich gehe ich davon aus und solange Korrekturen eben von mir aus oder Gegenbewegungen korrektiv sind, so muss ich formulieren, bleibe ich bei dieser vorzüglichen Meinung. Ich würde nur kritisch, wenn wir steil runtergehen und dabei diese Strecke mehr als die Hälfte durchstoßen, weil dann ist die Frage, ja, selbst wenn er dann das macht, wie die will das dann noch runtergehen, dann kommen die Fragezeichen. Vorläufig gibt es sie aber nicht und dementsprechend bleibt es beim bullischen Bild im 5 Minuten, 15 Minuten Chart, sowas in der Richtung. Im 4 Stunden Chart muss ich sagen, gefällt mir der S&P nach wie vor nicht, denn diesen Anstieg, den wir hier haben, das können wir noch schöner zeichnen, so hier, der ist zwar im Trendkanal, was willst du denn, ist doch schön, geht doch hoch. Viele sagen dann, Mensch, ich verstehe das immer nicht, du bist so maulig. Guck mal hier, wir sind 5% gestiegen in den letzten Tagen, das ist eine schöne Zahl. Ja, aber der Ton macht die Musik. So sieht das nicht aus, wenn die Marktteilnehmer sagen, klasse, ich will das Ding haben, egal was es kostet, ich bin begeistert. Guckt mal die Gegenbewegungen an, die sind nach wie vor da. Vorläufig bleibe ich also durchaus auf der bullischen Seite. Im 5 Minuten Chart gibt es überhaupt keine Anzeichen für die Gegenrichtung. Ich bleibe aber latent zweiflerisch, zumindest mal was den S&P angeht, was die guten Absichten im großen Bild angeht, habe ich den Eindruck, dass die Marktteilnehmer früher oder später nochmal diese Marke angreifen wollen und darüber haben wir häufig gesprochen, wenn die angegriffen wird, wird die angegriffen, wird die angegriffen. Die Gefahr besteht nach wie vor. Aber ich will den Nachmittag nicht versauen. Aktuell ist das Bild gut und dementsprechend vorläufig die bullische Seite. Denkt immer dran, Korrekturen hier auf der Abwärtsseite wären, wer hier verpasst hat oder nochmal aufstocken will, geeignet für weitere Fortsetzungen. Aber achtet darauf, lasst euch nicht einlullen vom bestimmt long. Achtet auf die Stärke und die Art und Weise dieser Bewegung. Sowas gut, sowas böse. Also zumindest mal aus bullischer Sicht. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Naja, was soll ich euch im 5 Minuten Chart zeigen? Also wenn ich euch diese Bewegung, das ist total unüberzeugt. Natürlich, also schöner kann man einen Bullenmarkt nicht darstellen. Und wer jetzt sagt, verpasst, warum hast du nicht vorher gesagt? Hier unten hätte ich wissen wollen, dass ich einsteige. Das ist tatsächlich etwas, das sieht man so erstmal nicht. Ich zum Beispiel möchte, das muss nicht die beste Variante sein, aber ich möchte von den anderen Marktteilnehmern sehen, dass sie guten Willen sind. Yep, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt warten wir auf die Korrekturen. Nochmal zur Erinnerung, wie groß ist so eine Korrektur? Typischerweise, und wir sollten uns ja an dem Typischen orientieren, tiefster Punkt, höchster Punkt. Das kann sein, dass der höchste Punkt nachher noch weiter geht. Dann müsst ihr die Zeichnung nochmal neu machen. Ich mache es sogar mal groß. Also tiefster Punkt, höchster Punkt. Und dann nehmt ihr diese Fibomarken und klassischerweise sind die Rücksetzer irgendwo in diesem Bereich. Da läuft es gerne rein. Das ist nicht garantiert. Das kann kleiner sein, kann größer sein. Aber typischerweise ist es so und ihr könnt euch ausmalen, wenn es auch hier, so wie wir das bei den vielen anderen Beispielen hatten, in diese Richtung aussieht. Ist das ein Long oder eine Short-Szenario? Naja, Long bei der Stärke, die wir hier haben. Nur wenn der Markt jetzt hier dann tatsächlich so darunter kommt, dann würde ich sagen, Moment mal, das muss korrektiv sein. Ist es aber nicht. Weil nicht dreiwellig oder in irgendeiner Form so mehrfach wackeln, so wie wir das hier haben, dass wir sagen, okay, es geht hoch, aber ihr seht hier so Gegenbewegungen immer wieder, die so überschneiden. Dann wisst ihr, das ist es nicht. So sieht das klassischerweise nicht aus. Ja, also das wäre etwas, hier habt ihr so ein anderes Beispiel. Schub noch mal runter, wackelig hoch und noch mal die Fortsetzung nach unten. Das, was ihr hier hattet, da hinten noch mal. Gleiches gilt dann hier. Nehmen wir mal an, es kommt hier eine Korrektur. Das, was wir hier hatten, dann wäre das die Zielmarke. Ihr hättet also einen Einstieg hier. Also ein bisschen Hausaufgabe für euch, aber ich glaube, es macht Spaß aktuell drauf zu gucken, wenn ihr das hier erkennt, dass das dreiwellig, dreiwellig sieht eher so aus, ist oder eben mehrwellig mit Überschneidung zwischenhoch nehmen und dann sagen, das ist jetzt mein Long Trigger und dann habt ihr ungefähr das, was ihr vorne hattet, als Zielerwartung hinten. Und je länger das wird, desto länger wird eure Zielerwartung da hinten. Deshalb grämt euch nicht, wenn ihr eine lange Strecke verpasst, sondern freut euch. Klasse, da kommt doch dann die hintere auch so lang. Also entsprechend gar kein Makel, sondern wie man sagt, ein Feature. Zusammengefasst, alles also zumindest im kurzfristigen Chart. Im Moment erstmal gut. Ein Rücksetzer wäre jetzt im ganz kurzfristigen gar nicht so schlecht. Das muss jetzt nicht sofort passieren. Wenn es aber passiert, wäre das für mich die ideale Situation, um einzusteigen. Also eigentlich kann man nur sagen, Daumen hoch. Das sieht hervorragend aus. Das gefällt mir im Moment sehr, sehr gut. Die Warnmeldung habe ich euch mitgegeben, wie es aussehen müsste. Ich denke, jetzt kommt ihr selber zurecht. Probiert es mal aus. Beobachtet den Markt mal. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.